Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, dass wir alle Make-up-technisch zumindest ein gleiches Ziel haben. Und zwar wollen wir eine schöne Base haben, eine schöne Haut, die den ganzen Tag hält, die frisch aussieht, die gesund aussieht und die zu unseren Hautbedürfnissen passt. Und ich dachte mir, ich suche mal fünf dekorative Produkte aus, die meiner Meinung nach dafür sorgen, dass wir alle eine sehr, sehr schöne Haut haben. Und je nachdem, welche Hautbedürfnisse wir haben, ihr damit so ein bisschen spielen könnt. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, dass wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe der einzelnen Produkte gehen. Sonst kratze ich ja immer so ein bisschen oberflächlich an der, obviously, Oberfläche dran. Aber ich habe da heute richtig, richtig Lust drauf und freue mich, dass ihr heute wieder da seid. Die Produkte, die ich heute für euch hier habe, sind fünf Produkte, die ich schon eine Weile hier habe. Einige werdet ihr vielleicht auch schon zu Hause haben. Ansonsten ist das teuerste Produkt, glaube ich, in der dekorativen Reihe vielleicht zwölf Euro. Und das ist auch nur der Bronzer. Ansonsten kann man das Ganze definitiv natürlich auch mit günstigeren Produkten in der Drogerie finden. Aber das sind so Produkte, wo ich weiß, dass sie wirklich bei vielen von uns definitiv funktionieren werden. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Da gibt es jetzt eine tolle neue Animation und ihr sorgt dafür, dass der YouTube-Algorithmus mich nicht bestraft, sondern sehr, sehr lieb hat. Meine Haut ist im Moment einfach wirklich gereizt. Ich war super viel unterwegs und habe stundenlang Maske in sämtlichen Zügen und hunderten, tausenden von Leuten um mich herum getragen. Aber nichtsdestotrotz seht ihr, dass ich einen ganz, ganz tollen Glow habe. Und ihr fragt euch sicherlich, Maxin, was hast du im Gesicht, dass deine Haut so schön prall und glowy aussieht? Und ich zeige euch jetzt, warum. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Asam Beauty hat zwei ganz besondere Neuereien. Und ich bin so happy, dass ich sie euch endlich zeigen kann. Ich weiß tatsächlich schon von den Produkten und habe die Produkte auch hier schon seit Juni, vielleicht sogar schon Mai. Und zwar gibt es die Magic Care-Linie. Das ist das passende Pendant zu der Magic Finish Beauty-Reihe, zu den Magic Finish Make-Up-Produkten. Dazu gibt es jetzt die passende Pflegelinie. Es gibt aber auch noch die Vino Grölt-Reihe und die ist komplett neu gemacht worden. Recyceltes Packaging, Glasflakons, hochwertigere Inhaltsstoffe und cleanere Inhaltsstoffe sind dort mit drin. Ich habe hier zwei Produkte für euch, die für mich wirklich aus der Reihe definitiv auch herausgestochen haben. Und das ist einmal der Balancing Toner, der das Make-Up schön entfernt, nachdem ihr euch gereinigt habt. Und ihr seht es, wie viel Heben noch abkam. Und es ist früh. Also ich habe mich gestern Abend vernünftig abgeschminkt. Der holt wirklich nochmal den letzten Dreck aus den Poren mit raus. Erfrischt die Haut. Sorgt für so einen richtig schönen Ausgleich der Hautfeuchtigkeit. Falls ihr die Vino Gold-Reihe nicht kennt, das ist eine der ersten Reihen. Ich glaube sogar die erste Reihe von Asam gewesen mit einem patentierten Inhaltsstoff auch. Der wirklich nachweislich dafür sorgt, dass der hauteigene Schutz und die Hautregeneration verbessert wird. Es gibt dazu auch noch die passende Creme. Generell die komplette Reihe ist erneuert worden. Wir haben hochwertigeres Packaging. Wir haben hochwertigere Inhaltsstoffe. Jegliche Art von Mikroplastik ist nicht mehr mit drin. Es gibt keine Silikone. Also wirklich sehr, sehr clean produziert. Alle Produkte aus der Vino Gold-Reihe sind so richtig coole Anti-Aging-Heroes, die wirklich dafür sorgen, dass der Hautalterungsprozess verlangsamt wird und die Haut einfach ein schönes Finish hat. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich habe tatsache auch einen Code, den ihr gerne anwenden könnt. Damit könnt ihr nochmal 15% sparen. Ich verlinke euch aber unten alles. Zur Magic Care-Reihe will ich gesondert nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil es wirklich spannende Produkte gibt. Es gibt einen Refining-Toner. Es gibt sogar einen mega, mega Dupe zu dem Lansing Balm. Den findet ihr hier. Schaut euch das mal an. Damit könnt ihr richtig euer Make-Up wegnehmen. Und der stäumt auf. Und sobald ihr Wasser dazu gebt, dann habt ihr so eine richtig schöne Emulsion. Und auch hier verändert sich das Ganze nochmal. Und der nimmt das komplette Make-Up weg, ohne dass ihr diesen schmierigen Film habt. Mein Glow auf der Haut. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist definitiv für euch alle was, wenn ihr sagt, okay, der Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Wollt ihr haben. Ist euch zu teuer. Ist euch vor allen Dingen auch ein bisschen zu doll. Und da gibt es die Glow-Up-Cream. Das ist ein so feiner Schimmer. Den trage ich auch heute. Der sich richtig schön auf eure Haut legt. Aber gleichmäßig. Ohne groben Glitzer. Also ihr seht keine Glitzer-Effekte auf der Haut. Hier ist Kombuka mit drin. Kristallide, Highlighter und Glaskin. Peptid, was wirklich dafür sorgt, dass die Haut schön prall aussieht. Und trotzdem so einen leichten Reflex mitbekommt. Phänomenale, günstigere, leichtere Version zum Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Und so ist meine Haut auch perfekt vorbereitet für das Make-Up. Und das ist mir so wichtig, dass ich das immer wieder für euch sage. Euer Make-Up kann nur so schön sein, wie eure Haut geprept ist. Also wie viel Pflege ihr in die Haut gebt. Wie viel Zeit ihr investiert in eure Pflege. Deswegen schaut euch die Produkte gerne mal an. Alle Produkte sind für euch unten in der Infobox verlinkt. Und denkt unbedingt an den Code maxim-youtube. Damit gibt es nochmal 15% Rabatt auf eure Bestellung. Wir machen weiter mit den dekorativen Produkten. Mir ist es halt wichtig, dass ich, wenn ich eine Platzierung habe, dass sie auch thematisch dazu passt. Und Hautpflege und Magic Care ist so ein Hybrid-Produkt, würde ich schon sagen. Gerade die Glow-Up-Cream ist schon ein perfekter Primer für die Haut. Ich habe aber noch eine Foundation mitgebracht. Und die habe ich mir jetzt wieder neu gekauft. Was ich eigentlich nicht tun sollte, weil ich so viele Foundations habe. Aber für mich ist sie wirklich eine der besten Foundations in der Drogerie. Für das, was ich im Moment mag. Neben der Wonderskin Foundation, die ihr letzte Woche Mittwoch, glaube ich, gesehen habt. Die Perfect Match Nude Foundation. Das ist eher so ein Serum. Ich habe sie in der Farbe 3 bis 4, hoffe ich. Ich wusste es nicht mehr. Und ich habe sie sogar im Angebot gekauft. Da gab es dann noch den Concealer mit dazu. Dieses Schätzchen ist von der Haltbarkeit... Ja, perfekte Farbe. Von der Haltbarkeit super. Vom Finish super. Vom Auftrag her super. Schaut mal, wie schnell und einfach das geht. Ohne, dass es maskenhaft aussieht. Ich habe gestern in einem Stream darüber gesprochen, wie sich mein Make-up so ein bisschen verändert hat. Und wenn ich mir Videos anschaue von mir früher... Alter Schwede. Ich wollte gerade sagen, warum hat niemand was gesagt? Das haben alle was gesagt. Ich habe es einfach noch nicht gehört und dachte mir, das gefällt mir aber. Weniger ist mehr. Schaut euch gerne auch mal den Vergleich beider Seiten an. Hier haben wir zwar eine schöne Pflege, aber ihr seht die Unreinheiten hier. Ich glaube, da hat mich eine Spinne gebissen. Oder irgendein Tier. Ich weiß nur nicht wo. Also es ist kein Pickel. Es ist tatsächlich kein Pickel. Es ist richtig egal. Hier haben wir eine einfach sehr ausgeglichene Haut, die sehr leicht ist. Und gerade wenn ihr vielleicht nicht mehr 16 oder 14 seid, ist das eine Foundation, die sehr, sehr gut... Ich würde sie gar nicht als Foundation bezeichnen, weil sie eher wirklich wie so eine BB-Cream ist, aber trotzdem eine gute Deckkraft hat und Hyaluron in die Haut reinbringt. Und ob es was bringt, effektiv pflegetechnisch, weiß ich nicht. Aber in dem Moment, wo dieser Wirkstoff mit drin ist, ist das Finish ganz anders. Und ihr seht das, dass das wie so eine zweite Haut in eure Haut oder auf eure Haut geht und sich perfekt einblenden lässt. Und ihr braucht nicht viel. Farblich passt sie sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch bei farbanpassenden Produkten. Aber ihr seht es, die drei bis vier, ja, das wäre vielleicht jetzt mal eine Sommerfarbe gewesen. So ein bisschen Farbe kann mir aber in meinem Gesicht nicht schaden, oder? Innerhalb von wenigen Sekunden ist die Haut einfach perfekt ausgeglichen. Und das Schöne bei dem Produkt ist, ihr braucht nicht unbedingt einen Puder. Also gerade wenn ihr reifere Haut habt, weiß ich, dass ihr da immer so ein bisschen skeptisch bei Pudern seid. Lasst es, braucht ihr nicht. Die fixiert sich schön von selbst, gebt ihr ein paar Minuten Zeit, dann zieht diese Hyaluronsäure oder die Feuchtigkeit des Produkts in die Haut ein und hinterlässt so ein seidig-mattes Finish. Also das ist nicht glowy. Ich weiß, viele von euch mögen es nicht unbedingt so richtig schön. So richtig glowy. Deswegen gar kein Problem. Ich habe zwei Concealer mitgebracht, weil ich mich nicht ganz so entscheiden konnte. Der Bear With Me Concealer, das ist auch so ein Concealer-Serum. Ich arbeite im Moment sehr, sehr gerne mit Produkten, die schon Pflege mit drin haben und die so ein bisschen leichter sind. Ich hasse das Packaging davon, weil es nicht so einfach ist zu benutzen. Es ist aber sehr hygienisch, was wichtig ist, ne? Also, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ein zweigleisiges Schwert. Doofe Applikation ins Gesicht, dafür sehr hygienisch. Ihr habt so einen Pumpspender und ihr braucht nicht viel. Wenn euch der It Cosmetics Bye Bye Under Eye Concealer interessiert, er euch aber zu teuer ist, geht hier mit. Der ist vom Finish her ähnlich. Die Deckkraft ist phänomenal. Der hält. Den gibt es in super, super vielen Farben. Schaut euch das an. Und gehe hier ein bisschen rüber. Die Farben sind sehr, 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 sehr gut. Tatsache vom Concealer. Es gibt ihn auch in der Drogerie. Das ist ja vielen von euch immer wichtig, dass es die Sachen auch wirklich in der Drogerie vor Ort gibt. Gibt fast alle Farben in der Drogerie bei nichts. Das muss man nichts wirklich lassen. Da sorgen die wirklich dafür, dass die Shade Range sehr inklusive in der Drogerie ist. Ich habe bei dem Concealer so ein bisschen den Eindruck, ihr seht den Unterschied direkt, dass der die Haut so ein bisschen aufpolstert. Also die Feuchtigkeit, die da mit drin ist, geht so ein bisschen in die Haut und polstert dann von unten auf. Und ihr seht es, ich habe immer noch sehr, sehr viel Produkt hier und vor allem hier auch am Pinsel. Also damit könnte ich jetzt hier immer noch lang arbeiten. Ihr braucht natürlich auch nicht so viel wie ich, wenn ihr nicht so fertig aussieht wie ich. Was damit sehr, sehr gut funktioniert, deswegen bin ich da auch schon sehr gut durchgegangen, ist, ich habe ihn nochmal hier in der Farbe Camel. Ich mische die beide zusammen, mache mir einen Spritzer Liquid Blush mit rein und nutze das als Foundation mit ein bisschen Feuchtigkeitscreme. Weil das so einen richtig glowy Finish hat und so ein richtig frisches Serum Finish ist für den Alltag definitiv viel zu viel Arbeit. Deswegen habe ich das natürlich auch mit rausgelassen. Was ihr aber wirklich machen könnt, ist, ihr könnt auch eine dunklere Farbe sehr, sehr gut als Cream Bronzer nehmen. Dafür gebe ich mir nur eine ganz, ganz kleine Menge, der ist super, super pigmentiert, auf meinen Handrücken. Zack und einarbeiten mit dem Foundation Brush, sodass ihr nochmal so ein bisschen von der Deckkraft mit rausnehmt. Phänomenal, der hält den ganzen Tag und der sieht vor allen Dingen auch super, super fresh aus. Ich fixiere mir das Ganze unter den Augen einmal, den Rest möchte ich wirklich schön glowy haben. Ich benutze tatsache im Moment wieder das Coty Erstmann Powder, also soweit ist es schon gekommen. Es gibt mein Huda Beauty Puder im Moment nicht in Deutschland. Es gibt es bei Huda Beauty auf der Webseite, da zahle ich dann wahrscheinlich aber 700 Euro Versand und Zoll und was weiß ich. Deswegen lasse ich es einfach, bis es das wieder gibt. Das hat eine krasse Deckkraft, das riecht wirklich wie 1935. Ist intens, aber es funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und das nimmt auch den Glow krass weg und das hält auch den ganzen Tag matt. Also wenn ihr beispielsweise eine Foundation habt, die ein bisschen zu dunkel ist und ihr sie ein bisschen heller machen wollt, overall nehmt das Puder und ihr seht danach wirklich aus. So ein bisschen aufgehellt unter den Augen. Deswegen mag ich das ganz gerne. Blende mir den Rest dann wirklich nur mit dem Pinsel hier so ein bisschen ein, nehme den Rest weg und dann stempele ich in die Haut und habe ein sehr, sehr frisches Finish. Die Haut ist abmatiert und fixiert. Ich habe hier noch einen Bronzer, das ist der Infallible Freshwear Bronzer. Das ist tatsache wirklich einer meiner liebsten Bronzer aus der Drogerie im Moment. Ich habe noch diesen hier, den Love The Original Bronzer, auch einer unserer liebsten Bronzer. Problem, Love gibt es bald nicht mehr, ne? Also vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Love macht leider dicht. Das bricht mir das Herz. Ich werde aber nochmal so ein Love Video machen, wo ich wirklich Full Face Love und auch nochmal ein bisschen Support zeige. Den stempele ich mich hier mit drauf. Ich hatte ihn euch ja schon mal gezeigt, weil der so, den sollst du eigentlich nass machen oder kannst du nass machen. Ich finde, das hat aber nicht so gut funktioniert bei mir. Deswegen mache ich das auch ehrlich gesagt nicht. Einfach nur so ein bisschen rüber und der hinterlässt halt so ein Finish, was nicht zu matt ist. Und wenn ihr auch hier, ne? Ich weiß, ich habe viele Mäuse in der Community, die nicht mehr 16 sind und das ist auch super schön. Da freue ich mich, wenn ihr nicht mehr 16 seid und eure Haut nicht mehr aussieht wie 14. Das sieht meiner auch nicht aus. Vergesst bitte nicht, dass wir hier ganz, ganz, ganz viel Lichter haben, die die Haut auswaschen, die das sehr, sehr glatt macht. Wenn ihr mich in echt sehen würdet, würdet ihr auch sehen, okay, naja, das ist viel Licht drumherum. Aber der ist halt sehr, sehr schön, weil der sich auf die Haut rauflegt wie so ein Hauch und nicht aussieht wie ein Puderprodukt, sondern eher wie ein Creme-Produkt. Ich habe noch was anderes. Shameless Plug. Ihr habt gesagt, ich darf so viel Werbung für meine eigenen Produkte machen, wie ihr wollt diese Palette. Die Farbe Tan Lines gebe ich mir hier mit rüber, einfach um nochmal diesen Lichtreflex mit drin zu haben. Ihr könnt ihn als Highlighter benutzen. Ich nehme den Tatsache aber am liebsten einfach als Bronzer-Topper, weil die Haut dadurch so einen richtig schönen Glow bekommt. Ich nehme die Farbe auch hier an meinen Augen, um diesen Bronzed-Effekt zu haben. Ihr müsst natürlich nicht so viel Glow haben. Das ist natürlich optional. Aber die Farbe Amore ist nochmal ein bisschen anders als die Farbe Beach Vibes. Amore ist kein, da ist kein Glitzer mit drin oder kein Schimmereffekt mit drin. Der sieht aber aus, ähnlich wie der Bronzer hier von L'Oreal. So aus, als wäre der nass. Und das ist der Vorteil von gebackenen Produkten. Er ist extrem pigmentiert. Ich streiche das dann immer hier so ein bisschen ab und dann tupfe ich mir das einfach nur hier rüber, übertreibe und nehme jetzt wieder den Puderbrush, mit dem ich das Puder weggenommen habe und swirle das so ein bisschen hin und her. Dadurch kriege ich das Pigment so ein bisschen ebenmäßiger verteilt in mein Gesicht und habe einfach diesen Sun-Kissed-Look. Und eure Haut sieht aus wie, als werdet ihr frisch aus dem Urlaub bekommen. Und gerade jetzt, ne, das Wetter ist doof, es ist alles kalt, es ist alles nass und es ist alles nicht so schön. Der Herbst ist schön, aber irgendwie, ihr habt so eine sehr pralle Haut. Und ihr seht das, die Haut reflektiert, ohne dass sie ölig aussieht. Und das ist etwas, was vielen von euch halt immer wichtig ist, ist, dass die Haut overall nicht aussieht wie Speck, sondern frisch aussieht. Was mir gerade noch einfällt, ist hier, das kommt vielleicht sogar noch ein bisschen besser damit hin, der Wonder Glow von Charlotte Tilbury. Na, der ist auch, na, der ist noch ein bisschen glowiger als der von Asam. Aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung das Magic Care Glow Up Cream Produkt, Schätzchen, geht. Sehr frisch, sehr leicht, leichter Glow. Schaut mal, wenn ihr nah dran seid, wie lebendig die Haut aussieht. Ich habe es natürlich jetzt für die Kamera wieder so ein bisschen übertrieben mit Bronzer und Blush. Aber das ist das, was ich halt gerne mag. So ein bisschen mehr und dafür leichtere Texturen, so ein paar Unebenheiten dürfen auch noch durchscheinen. Es soll nicht so, nicht so perfekt aussehen, so perfekt und perfekt. Schreibt mir doch gerne einmal eure Favoriten für schöne Haut aus dem dekorativen oder vielleicht auch pflegenden Bereich mit auf. Ich bin, ich habe gerade eine krasse Idee. Ich benutze gerade ein Produkt, ein Pflegeprodukt aus der Drogerie. Und ich dachte mir, wenn man das vielleicht in eine Sprayflasche füllt. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen Produkten sagt. Kleine Erinnerung, schaut unbedingt bei Asam vorbei. Der Code gilt natürlich nicht nur auf die Produkte, die ich euch hier gezeigt habe. Ihr könnt ihn auf das ganze Sortiment anwenden. Wahrscheinlich alles ohne reduzierte Produkte. Ich bin super gespannt, was ihr zu den neuen Vino Gold und zu den Magic Care Produkten sagt. Geht gerne mal auf die Asam Beauty Seite vorbei. Schaut euch da mal um. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder mit neuen spannenden Videos. Passt auf euch auf.